Hi, mein Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Neben mir ist jetzt mein Schatz Max Big Star. Yay! Ja, ich meine, yay! Wir werden euch heute ein paar Sachen zeigen, wie wir heute besorgt haben. Am Anfang eine süße kleine Barbie-Puppe. Die hat dann, das zeig ich euch jetzt mal. Die kann nämlich fliegen! Ich fliege! Ich fliege! Ja, die kann ja einfach ihre Flügel ausdrehen und wieder eindrehen. Ausdrehen und eindrehen, das hört sich cool an. Hui! Und Ludwig Handy geht, ähm, Max Big Star Handy geht wieder. Was ich auch sagen wollte... Ich muss jetzt gerade das wieder zusammendrehen. Irgendwie klappt das nicht. Autschi! Und dann hat das hier noch was von Salomon gekauft, während ich auf mein Handy schaue. Zeig ich euch jetzt, was da drin ist. Schaut irgendwie pervers aus, das gewesen. Entschuldigung, Leute. Eine Kette von Salomon. Ich habe mir gedacht, Manu, dass du ein Schlagzeuger bei uns verbänd hast. Ja, das macht erst gerade. Wurscht, das geht euch nicht. Das ist meine Kette von Salomon. Mit der ersten Verwandlung. Und hinten steht auch noch was drauf, was Japanisch. Jungen, 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 jungen. Nein. Nein, lieber nie japanisch sagen, weil sonst da lachen uns die Leute auch noch aus. Erstens, ich kann kein japanisch und weiß nicht, was auch chinesisch ist. Dann habe ich mir was gekauft von Naruto. Eine Naruto-Figur, ist die nicht hübsch? Ey, ich bin nicht schwul. Nein, ich bin nicht schwul. Und dann noch Ruffy. Den Preis muss ich aber nicht sagen, weil... Und er hat auch eine Karte von Dokio Ghoul. Wenn ein Dokio Ghoul nicht kennt, das ist die mit der... Ach, ihr kennt das eh. Dann war sie. Hallo. Ja. Und Izzy, wir wollen uns noch entschuldigen nochmal, dass wir dich nicht mitgenommen haben können, weil du ja beim Billa warst, aber... Das war halt nicht so super, aber tut uns leid. Aber du warst beim Billa, wir wollten dich beim Billa nicht stören. Aber das nächste Mal gehen wir mit dir zu Anne-Game. Genau. Das nächste Mal gehen wir wirklich. Wie ist das so lustig? Und... Es gibt auch zwei neue Ankündigungen. Ich hatte gerade etwas vorhin gesagt, dass wir unterbrochen. Entschuldigung. Entschuldigung. Man hat die Barverse in der BIM. Ja. Sie sind eingeschlafen. Ja, ich bin eingeschlafen. Ich habe mich gestreichelt. Ja. Und ähm... Dann habe ich noch zwei Ankündigungen. Erstens habe ich dann bald Geburtstag. Yay! Da bin ich auch dabei auf Ihrem Video. Vielleicht sogar... Vielleicht kriegen wir so hin, dass wir die... Vielleicht auch Isla und Izzyxnet ist sicher dabei. Hallo. Und... Naja. Ja. Und ich bekomme morgen eine neue Salamund-Decke vielleicht. Und ich komme morgen zu ihr hier. Ja. Und wir machen morgen gleich ein Video gemeinsam. Und heute auch wieder. Machen wir jetzt gerade ein Video. Nein, ich meine meine Folgen. Wir machen weiter mit Emma's Chatroom. Und Salamund. Und eine Frage. Wer von euch, liebe YouTube-Freunds, hat unser Video gelöscht? Genau. Irgendjemand hat ein Video gelöscht. Und ich möchte echt wissen, wer das war. Aber mich kann man ausschließen. Mich auch. Weil ich tue das nicht. Isla und Izzyx auch nicht. Aber vielleicht die... Ich bin so sauer! Schaaaaaaaaaau. Wurscht. Nein, echt Leute. Ich bin echt sauer. Ja. Weil das geht einfach nur zu weit. Ich habe mir so große Mühe gegeben mit dem Video. Ich möchte euch wissen, wer das getan hat. Ich auch. Ja. Eine Part möchte euch das auch gemessen. Und... Ich möchte euch... Wenn euch, ähm... Wenn ihr... Wenn euch das Video löscht, das wollt ihr auch nicht, gell? Nein. Also wenn ihr es wart, gebt es ruhig zu. Gebt es ruhig zu. Mehr Spaß. Nein Leute. Ich glaube nicht, dass einer von euch ist. Es kann auch sein, dass es nur so gewesen ist, dass... Oder versehentlich sie gelöscht hat und sie hat es gar nicht gemerkt. Kann passieren. Dein Geblämmler. Ich bin nicht schuld daran. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht versehentlich, ohne dass du es gemerkt hast. Nein. Nein, 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 nein. Das ist ein Scherz. Okay, das ist ein Scherz. Okay, Leute. Ich denke nicht, dass ich mich jetzt mit ihm streiten möchte. Ich liebe ihn doch so sehr. Wir streiten uns nie. Von daher, irgendwann muss ich streiten. Nein. Ähm. Ähm. Ich geht. Ähm. Voll, voll Teufel. Ich glaube, mein Cut hat sich auch noch übergeben. Ich geht. Wo? Äh, klar. Das war heute. Ja! Mir ist direkt auf meine Tasche. Kann ich mit eure Tasche übergeben? Okay, Glück! Hauptsache. Ja, na, liebe, liebe, noch mal eine Tasche. Gott sei Dank. Na, weg von meiner Tasche, Katze. Das sind meine Anime-Sachen. Scheiße, die. Alter, ich würde es wieder klingen, wie bewehrst. Entschuldige, Leute. Oh, Gott. Entschuldige, ich habe gerade lachen müssen. Wo? Oh. Ja, Gott. Okay, Leute, ich glaube, ich muss aufhören zu lachen mit dem Video, aber zu uns kommen wir gar nicht mehr weiter mit unseren Folgen heute. Und ich bin hoffentlich bald mit einer neuen Ankündigung, okay? Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Tschüss, eure Selle Uranus.